Herzlich Willkommen zur Serie Golftipps aus der Zukunft. Es gibt einige Vorgänge im Golfschwung, die unsichtbar sind, aber mit der modernen Technik, wie Bodendruckplatten mit 3D-Messungen und vieles mehr, können wir diese Vorgänge sichtbar machen. In dieser Serie werde ich ein paar Themen behandeln, die ich in meinem Golfunterricht über die letzten Jahre gesehen habe, die quasi unsichtbar sind, aber für den Golfer sehr viel ausmachen können. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin in PGA Professional im Golfclub in St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, würde ich dich bitten, dass du hier unten den Kanal abonnierst und die Notifikationsglocke daneben anklickst. Das ist sehr wichtig, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Es gibt einen einzigen wichtigen Verbindungspunkt zwischen Golfer und Boden, und das sind die Füße. Die Verwendung der Fußgelenke im Golfschwung ist sehr, sehr kritisch, wird aber oft komplett übersehen. Und darum möchte ich jetzt genau sprechen. Bei vielen meiner Messungen auf den Bodendruckplatten sehe ich sehr, sehr häufig, dass im Aufschwung der Druck des rechten Fußes, also des hinteren Fußes, auf die Außenkante geht. Das heißt, viele Golfer beginnen, den Fuß nach außen zu kippen in eine sogenannte Suppination. Das Problem daran ist, dass der Golfer dann keine optimalen Bodenkräfte entwickeln kann, weil er ja förmlich nicht mit den Füßen richtig auf dem Boden ist. Das Lustige ist, ich sehe das nicht nur bei Hobbygolfern, sogar bei Profigolfern. Und das ist auch eines der Themen, dass ich bei meinen Profigolfern am meisten versuche zu verbessern, bei meinem Golfunterricht. Und ich habe damit sensationelle Ergebnisse. Wenn man die Fußgelenke, sprich die Fußsohlen, richtig verwendet im Golfschwung, da hat man einige Vorteile. Nämlich, man wird eine sensationelle Stabilität für den Golfschwung. Die seitlichen Bewegungen werden reduziert, die Swayze verschwinden. Man kann das Becken besser drehen, man kann besser einwärts in die Hüfte reindrehen und somit die Hüfte besser laden. Und das verwenden, um mehr Power zu erzeugen für den Golfschwung. Weiters ist das auch sehr, sehr wichtig für Balance und für viele andere Sachen im Golfschwung, Ich sehe die größten Probleme im Aufschwung, deswegen, weil das rechte Fußgelenk nach außen kippt. Ich zeige dir jetzt nochmal in der Praxis, wie das ausschaut. Also oft stehen die Golfe hier, schwingen los und jetzt passiert es, jetzt geht der rechte Fuß nach außen, also eine sogenannte Subination, der Druck ist auf der Außenkante hier. Das passiert übrigens meistens nicht gleich sofort, sondern eigentlich erst im zweiten Teil des Aufschwungs. Das geht er hier raus und das Problem ist, jetzt kriegt man den Druck nicht auf den linken Fuß und das Problem ist auch, dass der Körper oft beginnt, in eine, ja, in so eine Linkskippung, extreme Linkskippung zu gehen, in so einen Reverse Spine. Das ist übrigens einer der größten Gründe, warum man das hat. Und, ja, es sind auch andere Schwungfehler möglich, aber das ist eben das, was passiert. Im zweiten Teil des Aufschwungs kippt der Fuß nach außen und das Lustige ist, das sieht man nicht zwingend. Also man kann auch manchmal sehen, dass der Fuß eigentlich ganz gut am Boden steht und trotzdem sieht man auf den Druckplatten, dass der Druck auf die Außenkante geht. Und was das jetzt bedeutet in der Praxis ist jetzt, wie gesagt, dass du jetzt nicht mehr ordentlich den Boden verwenden kannst zu drücken und, ja, du kannst zwar vielleicht dich schon noch bewegen, aber es ist nicht das Optimalste. Und, ich sage mal, wenn man darauf achtet, dass man das besser macht, ist es etwas, wo man sicherlich sehr stark profitieren kann in seinem Goldschwung. Also, wie trainieren wir das Ganze, dass wir das verbessern? Erst einmal möchte ich, dass du dir mal überhaupt bewusst machst, einfach neurologisch, von der Ansteuerung her zwischen Hirn und Fußgelenk, dass du überhaupt mal spürst, was es ist. Und zwar, wenn ich jetzt mich herstelle und hinschaue, möchte ich, dass du das Knie nicht bewegst und einfach das Fußgelenk mal nach innen kippst. Das nennt man eine Pronation und dann lass es nach außen kippen. Und ich versuche das nicht über die Knie zu lösen, sondern nur über das Fußgelenk selber. Und da haben viele Golfer das Problem, dass sie das ja gar nicht ansteuern können. Deswegen brauchst du da oft vielleicht wirklich eine Konzentration, dass du wirklich versuchst, das zu machen. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist es, dass du dann dich vielleicht in ein Setup begibst und versuchst, das Fußgelenk etwas leicht zu pronieren, also ein klein wenig hineinzudrücken in diese Richtung, schon von Haus aus. Wobei ich dir schon möchte, dass das nicht zu viel ist. Also ich möchte jetzt nicht, dass du glaubst, du musst jetzt auf der Innenkante stehen, wie verrückt, weil das ist ja genau selber, als ob du auf der Außenkante wärst, da löst du andere Probleme aus. Also es soll nur, wenn etwas ist, ganz leicht auf der Innenkante, ja, so proniert sein im Setup. Und dann versuchst du mal mit langsamen Schwüngen das Gefühl zu bekommen, dass das auch hier so bleibt. Das mache ich mal ganz kurz. So, ich bleibe jetzt mal stehen und schaue mal, versuche mal zu spüren erstens einmal, ob ich das haben könnte, ob es passt. Und dann schaue ich auch hin und schaue, ob ich auch wirklich so bin. Du wirst manchmal überrascht sein, dass du manchmal aufschwingst, denkst, du hast es und bist dann trotzdem auf der Außenkante. Also das wirst du ein paar Mal üben müssen, einfach langsam, wirklich spüren. Bitte pass auf, dass du das jetzt nicht über das Knie machst, dass du jetzt da wie ein Verrückter da reindrückst, dass du Knieschmerzen bekommst. Und es geht wirklich hier nur um das Fußgelenk. Und ich möchte, dass du hier ein paar Mal langsam das machst, auch in den Übergang gehst. Du kannst es auch mit so einer Hand machen, wie ich hier mache. Und versuchst zu spüren, auch im Übergang, dass du noch da bist. Auch sehr häufig im Übergang passiert der Fehler, dass dann Druck wieder nach außen geht. und dann kriegt man diesen Schwung hier, wo man dann mit dem Becken nach rechts ausbricht. Und das ist natürlich nicht, was wir so wollen. Also immer wieder langsam trainieren das Ganze, spüren, hinsehen. Und dann, wenn man das mehr hat, dann macht man einfach mal einen Schwung. Ein weiterer Tipp, den ich dir dazu geben kann, damit es leichter ist, ist die Fußstellung. Weil häufig ist es so, wenn man zu gerade ist mit dem Fuß, also zu gerade nach vorne oder sogar eingedreht, dann wird es sehr, sehr schwierig von der Bewegung her, dass man eben nicht nach außen kippt. Also die meisten haben nicht genug Innenrotationsfähigkeit, dass man die Hüfte genug einwärts drehen kann, dass man eben den Fuß so gerade hinstellen kann. Und das Resultat ist eben, dass dann man den Druck auf die Außenkante bekommt. Und das ist genau das, was wir eben nicht wollen. Als kleiner Tipp, du wirst den rechten Fuß, den hinteren Fuß etwas ausdrehen. Dann wirst du vielleicht schon merken, im Setup, dass das schon leichter geht, dieses leichte Pronieren. Dann kannst du dich nochmal hinstellen und das nochmal fühlen. Ganz leicht andeuten, aufschwingen. Ja, und dann hast du hier sofort ein ganz anderes Gefühl, bin ich mir ganz sicher, wenn du das so machst. Ich möchte dir jetzt noch eine weitere Idee geben, wie du daran arbeiten kannst. Und zwar nimmst du jetzt einen Golfspal und was du jetzt machst bitte, ist, dass du den hier ein bisschen in den Boden reindrückst. Es hat geregnet bei uns, es ist ein bisschen feucht und ich versuche ihn hier auf der, ja, so ein bisschen in den Boden reinzudrücken. Ja, so, jetzt ist es mir gelungen und stelle mich mal hier drauf hier. So hier. Das mache ich deswegen, weil der Ball hier innen, auf der Innerseite, lässt mich so ein bisschen wegbrechen hier. Und das heißt, ich muss die Muskulatur verwenden, dass ich hier quasi dagegen halte. Und wenn ich jetzt hier aufschwinge, spüre ich, dass ich mich da eigentlich der Ball ein bisschen wegdrücken möchte. Ich halte aber ein bisschen dagegen hier. Und das ist eine gute Übung, dass du eben die Muskulatur schulst, dass sie in die richtige Richtung arbeitet. Würdest du zum Beispiel den Ball jetzt hier außen geben, ja, dann kann es zwar sein, dass sie das vielleicht für zwei, drei Schwinge ein gutes Gefühl gibt, wie du sein sollst. Kann man übrigens auch machen. Aber das ist nicht die Idee, wie du die Muskulatur schulen willst. Wenn du auf die andere Seite hier gehst, dann wirst du das besser spüren, dass du hier mehr aktiv reinarbeiten musst. Und ja, das ist eben, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Weg, wie du das trainieren kannst. Eine auch sehr gute Art, das zu trainieren, ist es übrigens, wenn du einen Bergaufstand hast. Also ich stehe jetzt hier bergauf, es geht jetzt der rechte positiv als der linke. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Außenkante kommen würde, dann würde ich ein bisschen hier wegbrechen. Und jetzt muss ich bei so einem Bergaufhang, muss ich mich jetzt quasi schon ein bisschen wieder hier vorbereiten, dass der Fuß ein bisschen einwärts gedreht ist. Und jetzt wirst du vielleicht das auch besser spüren, auch bei den Bergaufschlägen, dass du eine bessere Stabilität hast. Und wie gesagt, das ist etwas, was man auch trainieren kann, um bessere Fußstabilität zu bekommen. Bitte probier das einmal. Schau, ob das in deinen Golfschwung etwas Besonderes ist. Und bitte lass mich unbedingt unten in den Kommentaren wissen, ob dir das geholfen hat. Und jetzt bitte ich dich, dass du dieses Video anschaust. Wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.